ja alle Leute und willkommen zu einem neuen sinnlosen hässlichen Video ja heute geht es wieder um ein ganz einfallsreiches Video ich will da nichts Kommentare kommentieren und ja und zwar erstmals vorab das Gameplay für die Lieben Reaktor Reaktor das ausspricht guckt auf jeden Fall für geile Gameplay von Backups 3 und Backups 2 oder was auch immer was er macht auf jeden Fall Backups 3 guckt auf jeden Fall bei ihm vorbei danach habe ich einen YouTuber den ich zurzeit richtig gern eigentlich guckt der heißt C.O.D. YouTuber News Germany der hat 100 Abos knapp und guckt auf jeden Fall vorbei 102 Abos dann hatte die 100 guckt auf jeden Fall bei abonniert ihn fleißig weil der hat es verdient mehr Abos zu erreichen ich finde sein Video ist richtig interessant und das war es jetzt mit Werbung okay so erster Kommentar ist von dem lieben Berkajiki und ein neues Suchmoder PS3 Penis ja ich sag zurück Vagina alles klar die 191 Battlekiller 521 sinnloses Kommentar Doppelpunkt D okay nächster C.W.H.D. hallo komm ich jetzt ins Video du Huan ja ähm ich würde mal sagen leider schon leider ja was ist Hitler's Lieblingsspeiter Nazi-Pan haha Haja Haja Moin Halt Dei Halt Dei Maul Halt einfach Dein Maul okay ähm Inferno Z mit der Rechtschreibung das müssen wir noch üben ne da fehlt erstmal auch die Punkte macht keiner heutzutage mehr aber Maul wird groß geschrieben und Haja ich weiß nicht ob das so ja vergiss es halt einfach Dein Maul so Ryo Rizni wenn ich kommentiere Tieren ja im Video ob du das bist das weiß ich jetzt nicht also ich werde den Kommentar leider einblenden müssen weil du mir sonst deine 10 Euro Paysafecard nicht gibst egal und ja wenn du kommentierst ob da Tiere kommen das ist ne gute Frage das würde ich mir gern fürs nächste Mal aufheben also hm nächster Kommentar von der Tima HD was hältst du persönlich vom 1-Millionen-Abo-Special von Niko und denkst du dass noch ein 5000k-Special kommt wer ist Niko nicht Spaß ok das Inscope-Special fand ich richtig nice ok meins war natürlich besser aber das von Niko war auch schon ganz cool gemacht ok ich hätte es natürlich nein hätte ich nicht ich fand das auf jeden Fall richtig nice vor allem mit diesem Kino und so das 500k-Special kommt 100% nicht weil er hat ja schon das 1-Millionen-Abo-Special wie sollt er jetzt nochmal 500k-Special machen ha so der nächste Kommentar ist von dem lieben Rescoe FX sitzt einer im Stehcafé alter ich lieg grad sowas von aufm Boden der kommt flach ey so nächstes Kommentar ist von Betrax Fox mach gerne mehr gefällt mir ach ja Penis ohne Scheiß es haben so viele Leute Penis geschrieben irgendwas mit Penis Batrax Penis also das ist ne Definition und die müsstest du mir nochmal erklären ok naja und das letzte Kommentar von Lieber unterstrich darf ich das Video beenden das ist jetzt auch so eine Frage ob du das darfst oder eigentlich würde ich schon gern das Video beenden deswegen verpisst nein ähm auf jeden Fall haute rein abonnieren nicht vergessen am besten wünsche mir nochmal 60 Likes ich bin nämlich richtig like geil sorry aber es muss sein ey 50 Likes habe ich gesagt und wir haben 120 bekommen ja ja wahrscheinlich wieso nicht ne und ja ich sag euch jetzt mal eine gute Nachricht noch zum Schluss ich hab noch ein bisschen Zeit ne ne gute Nachricht ist bald ist Weihnachten und ich bekomme ein neues Mikrofon also bessere Audioqualität und noch ein neues Equipment Video wenn ihr das wollt ja wenn ihr das wollt schreibt das in Kommentare und für das vielleicht nächste Kommentare Kommentare kommentieren ja Video schreibt dann nochmal einen Kommentar der sinnlos ist aber schreibt auch ein paar sinnvolle oder stellt mir mal eine Frage zum Beispiel oder ja schreibt auch mal wie ihr das fändet wie ihr es findet mit dieser Equipment Tour ok ich wünsche euch noch einen schönen Abend haut da rein Citronics ist raus